So, dann kommt er. Wieder Cardio heute und wieder Ampelbänner. Kennt ihr schon, Ausgangsstellung, Füße geschlossen, Hände an die Seite und dann ganz langer über die Basie, wie ihr versucht, den Gatten, Schultergerüttereich zu halten dabei. 30 bis 50 oder noch mehr Wiederholungen, dann direkt runter, wir denken immer an unsere Plane-Challenge und gehen direkt in die Planke. Ja, denkt bitte daran hier, nicht durchlegen, kein Zelt, sondern wirklich hier akkurat in der Planke bleiben. So lange, wie ihr könnt. Das letzte Mal haben wir so fünf, sechs Minuten festgelegt. Bei den meisten wird es wahrscheinlich bei zwei Minuten wehtun. Für mich jetzt gerade. Danach wird auch noch eine Minute Pause und fünf bis 15 Runden. Sportfrei. Bis gleich.